Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Enderal Forgotten Stories. Ich begrüße euch mit dem Rauschen des Flusses. Werden wir diese Folge Rage benutzen oder nicht? Ich vermute nein. Aber wir haben was anderes Spannendes vor uns. Und zwar mal mit ihm hier reden. Ich hoffe, er ist uns freundlich gesonnen. Finn. Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Mace? Ich glaube, das Sumpfkraut hat sich in dieser Welt verbreitet. Ich hätte es direkt aus Gothic hier reingeschwappt, wenn ich mir die Augen ansehe. Das haben die wirklich alle. Oder die meisten. Ich glaube, bisher hatten alle diese runden Augen. Ähm, okay. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr lange Geschichte. Wer ich bin? Finn Daliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderalts. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerem, oder? Ich... So alles dicht. Zumindest für die Nacht zogen wir... Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Und siehe da, wir leben noch. Was ist das jetzt, Kavos? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Unglaublich. Ich präsentiere Kavos, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach den Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Meine Augen? Okay, also eigentlich fand ich die Vorsicht durchaus berechtigt von ihm. Ich meine, wir kommen hier aus den Bergen geschritten, mit einer Kapuze auf, treten voll ins Lager. Aber der Finn ist ein absolut sympathischer Typ trotzdem. Was anderes mir ist aufgefallen, er hat Nerem gesagt und nicht Nerim. Also spreche ich jetzt auch wieder Nerim aus. So, ja, er hat uns auf, ich vermute mal, dass er unser Fieber meint, was wir haben, seit wir hier gestrandet sind. Das wäre sehr interessant, ob er mit uns handelt. Das bedeutet, dass es weiter geht wahrscheinlich. Ich frage ihn mal, was mit den Augen ist, was er da sieht in den... Ich, äh, ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der was, der es mit euch auf sich hat. Ich meine, er ist ja Apothekarius, Leute, ne? Vielleicht kann er uns schon helfen, aber scheinbar nicht. Okay, ich frage ihn mal, was ein Zau schon hat. Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal hier, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Mhm. Kauft oder verkauft einen Gegenstand, indem ihr ihn auswählt und E drückt. Kaufpreise sind höher als Verkaufspreise, natürlich. Wie immer. Durch die Namensauswahl könnt ihr zwischen eurem und dem Inventar des Händlers wechseln. Okay, also das ist jetzt hier Fins Inventar. Ja, zum Beispiel das Krustenbrot. Was 300 Sekunden lang heilt. Das ist richtig schön nahrhaft. Ah, schaut mal, er hat Lehrbücher. Oh, das ist allerdings spannend. Die sind ein bisschen teuer. Wir haben ja nur 98 Groschen. Ich würde sagen, wir verkaufen erstmal, oder? Können wir bei allem nach Typ. Also, da ich ja nicht weiß, was wir später brauchen, werde ich alles, was Barren oder so heißt, auf jeden Fall erstmal behalten. Wir haben ja drei dieser Bögen. Kann ich zwei verkaufen. Einmal hier ein bisschen aufräumen. Ja, die sind ja hier. Der ist einfach nur schwerer. Verkaufen wir den und ein Messer. Die ganzen Sachen behalte ich auf jeden Fall erstmal. Ich weiß nicht, ob die nur zum Verkauf da sind. Guckt mal, auch interessant. Ah ne, der Amethyst ist mehr wert. Genau, das passt so. Schuhe einmal weg. Ah, guckt mal, wir haben sogar einen einfachen gefunden. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Der ist ein bisschen besser. Der hält mehr Lebensenergie. Er steigert aber Arkanistenfieber um das Gleiche. Das Bier ist auch nicht schlecht. Das regeneriert Ausdauer. Und sogar für 30 Sekunden. Handschuhe habe ich jetzt noch nicht angezogen. Ach komm, ach, die sind gar nichts wert. Na komm, hauen wir sie weg. So, ich verkaufe mal sechs Spitzhacken. Eine lieber mal behalten. Und hier natürlich unsere Rüstungen, die wir nicht mehr brauchen. Wartet mal. Hier, die habe ich an. Ja, die ist auf jeden Fall einfach besser. Das ist halt schwere Rüstung hier. Und das ist leichte. Aber jetzt aktuell. Ja, kommt. Einfach mal ein bisschen aufräumen hier. Zerschlissene Kleider weg. So, habt ihr euch das so vorgestellt. Oder Video angeklickt und erstmal wird hier ein bisschen gehandelt. Das ist die Spannung. Altes Schwert haue ich weg. Ambrosia behalte ich auf jeden Fall. Die ganzen Verbrauchsgegenstände. Auch die Lehrbücher, die ich nicht unbedingt brauche, werde ich erstmal behalten. Genau, den behalten wir auf jeden Fall auch. Hier Werkzeug. Hier Zeug. Zeug kann ich, glaube ich, alles verkaufen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wenn ihr jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, dann sagt mir Bescheid. Ich lese die Kommentare. Zutaten behalten wir alles. Okay, perfekt. Jetzt haben wir immer 978 Groschen. Was ist das da oben? Morgenlufttrank. Ranzig, ist so eklig immer. Ah, okay, es ist ein Ausdauertrank. Ja, also, gerade wenn ich jetzt mir so angucke, das ist jetzt von uns hier das meiste. Sowas hatte er gar nicht. Er hat hier ein paar interessante Tränke. Das Einzige, was er wirklich hat, was spannend ist, sind diese Lehrbücher, finde ich. Ist auch nicht relevant. Ah, da fällt mir noch aus. Eine Sache können wir noch verkaufen, bevor ich es vergesse. Und zwar, wir haben doch hier dieses schicke, was wir schon gelesen haben. So. Also, das hier ist das, was er eigentlich hat. Hier die Lehrbücher. Ich meine, Einhandkampflehrling, ne? Ha. Wir haben fünf. Will ich alles in Einhandkampf stecken? Hat er auch Lederrüstung? Ne, er hat leichte Rüstung. Oder ist Lederrüstung gleich die Rüstung? Wahrscheinlich, ne? Ich muss... Ah, ich kann jetzt hier nicht gerade raus. Ähm. Passt auf, wir machen folgendes. Ups, sorry, Leute. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Okay. Wir machen folgendes. Wir kaufen erstmal einfach nur... Wir haben eh nicht so viel Gold. Ein Einhand. Ein Einhandbuch. So. 86 Kroschen. Dann behalten wir schön 100 Kroschen Polster und können unseren Einhandkampf nochmal um eins steigern. Mh. Fragen wir ihn mal, was er hier so tut. Äh. Okay. Ich glaub, er redet jetzt nicht mehr, Leute. Das ist verbuggt. Aber wir können es unten lesen. Ich lese es vor. Nichts Abenteuerliches, also. Äh, okay. Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der püräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Wissen. Ah, das ist ja jetzt blöd. Aber ich muss ihn das fragen. Ich will das wissen. Könnt ihr mir noch etwas mehr... Ich kann mich auch... Ich kann nicht mehr gucken, Leute. Puh, was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste, im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend. Bis auf die Watyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Ah, doch, ich kann noch gucken. Okay, sehr gut. Tja, und viel mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Am besten, ihr fragt in Flussheimen mal die Einheimischen. Die haben sicher die ein oder andere Geschichte auf Lager. Ah, 50 EP. Also Wissen lohnt sich. Und wir haben hier eins von 40. Verstehe. Und gibt es Orte, die für einen Abenteuer noch von Interesse sein könnten? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel, die alte... Ich versuch mal was. Ah. Wow. Ey, Leute. Jetzt gehen alle durch. Warten mal kurz. Okay, alles Gute wieder. Alles gut. Ich hab vorgelesen, wir haben alles verstanden. Keine Probleme, würde ich sagen. Fragen wir ihn mal noch das hier. Es gibt zum AXP. Und ich find's auch interessant, ähm, was, was bedeutet, dass er, dass sein Pfad, der Pfad des Apothekarius scheinbar ist. Hol mich doch der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben. Meine mir von Malfas auserkorene Rolle... Da ist Malfas wieder. ...wenn ihr so wollt. Interessant. Ähm, dieser Malfas interessiert mich immer mehr. Von Malfas... Ah, genau. Die Götter bestimmen. Aha. Okay. Ist Malfas vielleicht von ihm... Für ihn ein Gott? Oder ist Malfas ein Gott? Ist Malfas ein Lichtgeborener? Sind die Lichtgeborenen tot? Ich weiß nicht. Ich glaub... Ha, ich glaub, in dem Clip wurde nicht gesagt, dass sie sterben. Oder nur, dass sie gestürzt wurden. Oder? Ähm, nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, wir Habenen und natürlich die Wegelosen. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, demnächst Niederen Pfad zu dem Meinen, verwehrt. Hm. Wobei Niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, indem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist als die Götter? Auch interessant. Jetzt sagt er die Götter. Also wer könnte es besser wissen als die Götter? Aber eigentlich weist ihm ja Malfas diese Rolle zu. Und ja, es ist hier eine interessante Parallele zu unserer Welt natürlich, dass eben ein gewisses, ab einer gewissen Gesellschaftsgröße braucht man ein gewisses Maß an Kontrolle. Schwierig wird es natürlich, wenn alles sehr doktriniert wird und Leute dadurch ihre Freiheit verlieren. Aber Menschen neigen tendenziell auch oft dazu, diese Freiheit nur zu gern für Struktur aufzugeben. Manchmal auch zu ihrem eigenen Leid, ohne dass sie es merken. Ah, gut, dass ich darüber rede. Wir können ihn auch einfach mal fragen, was er dazu sagt. Ob es nicht frustrierend ist, so eingebunden zu sein. Und so einem festen Weg zu folgen. In meiner jugendlichen Torheit wollte ich das vielleicht mal, ja. Aber dann habe ich begriffen, dass ungefähr die Hälfte von allem, was auf dieser Welt schiefläuft, auf dieses Aufsteigen wollen zurückzuführen ist. Ich will in erster Linie rechten Pfades leben und meinen Teil zum Erhalt unseres Volkes beitragen. Das genügt mir. Und auch nur die, die das tun, gelangen am Ende zu Malfas in die ewigen Pfade. Okay. Natürlich wurde dann auch in klassischer Manier, die man ja auch bei uns in fast allen Religionen und anderem findet, ein großes, positives Ding ans Ende des Weges gestellt. So a la, naja, wenn du alles schön brav durchziehst und am Ende stirbst, dann gibt es aber eine ganz feine Belohnung. Ein beeindruckendes Instrument, was er da hinten für uns rausgeholt hat und jetzt für uns spielt. Er war ja davor sehr skeptisch, aber jetzt scheint er, vielleicht ist er immer noch skeptisch, hat Angst und möchte mich beruhigen mit seiner Musik. So genau, nach den Wegelosen können wir ja fragen. Das war ja auch eine dieser Pfade, über die er geredet hat. Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstaubschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Glimmerstaubschmuggler. Also das sind dann wirklich auch wahrscheinlich welche, die, wie er es schon gesagt hat, natürlich sind es auch die ganzen Kriminellen, aber auch welche, die einfach nicht dem folgen wollten, was Malfas ihnen aufgetragen hat. Ah, das ist auch interessant. Auf Nerem gibt es das Gerücht, dass die Götter tot seien. Sind jetzt mit den Göttern die Lichtgeborenen gemeint? Und hier gibt es das Gerücht, dass die Goldene Königin eine Schwächer für Männer in Damenkleidern hat. Im Ernst, seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Kätzerei empfinden. Es ist ja hier eine sehr gläubige Insel, eine sehr fromme Insel. Daran erinnere ich mich noch, aus dem Anfang des Spiels, irgendwann wurde das auf jeden Fall erwähnt. Dementsprechend ist es wahrscheinlich schon, wenn wir zu viel Blasphemie an den Mannen bringen, dann könnten wir es uns mit den einen oder anderen hier verscherzen. Und wir haben hier zweimal diesen Doppelpfeil. Ich frage mich, ob da noch die andere Dialogoption noch da ist, wenn man einen anklickt. Das hier ist eher die Sache, die ich sagen würde. Also folge ich dem. Er wirkt für mich wie ein sehr toleranter Mensch. Ich hoffe, damit verscherze ich es mir nicht. Vielleicht. Andererseits ist der Pfad und die Struktur, die er dem Volk bringt, der Hauptgrund dafür, dass auf Enderal seit Jahrhunderten Frieden herrscht. Was man von eurem Land nicht behaupten kann. Touché. Das stimmt natürlich. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Hatten wir ja vorhin schon angeschnitten. Na gut. Damit haben wir jetzt alles abgesprochen und gehandelt haben wir auch. Sehr schön. Gucken wir uns hier mal im Lager und reden mit seinem Freund. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Äh, Karbos. Will den Destillierung brauchen noch für etwas? Ansonsten... Oh, schau mal. Darf ich das klauen? Wahrscheinlich eher nicht. Hey, Karbos. Die Person ist beschäftigt. Wow. Den Apotheus auf das Fieber ansprechen. Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ähm. Haben wir jetzt gerade hier einen Ausbruch? Okay. Gut, dass gerade ein Apothek Karius in der Nähe ist. Fieber? Äh, das kann vieles sein. Äh, wartet mal kurz. Ich glaub, ich hab da noch etwas Kümmerwurz übrig. Äh, das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Äh, dann sehen wir weiter. Äh, setzt euch so lange ans Feuer. Die Wärme könnte hilfreich sein. Was? Wir sind ja richtig am Arsch. Fremde, irgendwelche Tränke? Sag mal... Na ja, wenn diese Wildfremden kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon, ja. Gutes Argument, ey. Sag mal so an den Eid geschworen, erinnerst du dich? Den Gebrochenen helfen dem. Aha. Mach einfach, was du willst. Keine Bange wehr dich. Ich bin hier halb am Verrecken, Karius. Kümmerwurz, Kümmerwurz. Ah, hier. Gut, dass Finn so netter ist. So, Scherköppe, ein bisschen Wasser. Na bitte, fertig. Ich geb euch jetzt erstmal... Weiße Finn, der Destillator! Das wäre es doch, oder? Finn, Finn, Finn. Stich. Getrumpfeln, da hab ich getrumpfeln. Du doch, was verdammt sonst? Ohr. Was? Was ist passiert? Ach je. Hab ich nur das gesehen? War das eine Vision? Ich glaub, der Destillator ist explodiert, aber wir haben irgendwas... ...im Stimmen gehört, oder so. Okay, schön alt, in Ordnung zu sein. Ach, verdammt. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Ah, bitte. Ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten, so weit wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Ganzes Leben gerettet, Leute. Wahnsinn. Ähm, ja, genau. Wir fragen ja, was hier gerade passiert ist. Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber die Stimmen. Ähm, Explosion? Ich, ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Okay, wir hatten eine Vision oder sowas. Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Ähm. Ich kann mich nicht bewegen, Leute. Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, scheiße. Oh, was zum... Das war aber jetzt nicht das Skelett. Das haben wir doch getötet. Oh nein, ey. Oh. Er sagt... Oh Gott. Ey, wir haben in die Zukunft geguckt. Vorhin. Wir haben das gesehen, was hier gerade passiert. Oh nein, ey. Du doch was, verdammt nochmal. Du denn... Beendet Neuland. Ey, was ist los in dem Spiel? Alle Leute, die wir treffen und die nett zu uns sind, sterben einfach. Na, sieh mal einer an. Gestartet die Lehre. Jesper Dalwarek. Scheinbar wurden wir mal wieder gerettet und hatten Glück. Und kurz, bevor die zwei den Überfall erlegen sind, hat er uns zum Glück noch das Getränk gegeben. Dadurch ist unser Fieber eingedämmt. Ähm. Ey, ich gehe davon aus, dass die beiden gerade gestorben sind. Und das wir... Das Krasse daran ist, wir haben es gesehen, bevor es passiert ist. Jesper Mitumial Dalwarek. Oder einfach nur Jesper. Und ihr seid hier in meinem Lager. Bevor ihr fragt. Ja, die beiden Apothekarii sind tot. Das ist eine interessante Mehrzahl. Der einzige Grund, dass ihr noch am Leben seid, ist, dass euch die Explosionen geradewegs ins Dickicht geschleudert haben. Die meisten eurer Verletzungen sind nur oberflächlich. Aber euer Fieber... Naja, das ist eine ganz andere Geschichte. Puh. Da haben wir ja mehr als Glück gehabt. Mann, es tut mir voll leid, gerade um Finn. Hier, voll, äh, voll die gemeine Frage. Na? Hast du, hast du auch mit angegriffen? Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht geholfen. Aus zwei Gründen. Erstens, die Banditen waren in der Überzahl. Zweitens, ich habe meine Eingeweide am liebsten intakt. Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Tut mir leid. Vielleicht nicht heldenhaft, aber wenigstens ehrlich. So, ja, scheinbar hat er meinen Fieber erkannt und kennt es auch eventuell. Ich kann er uns weiterhelfen. Oh, eine Menge. Ihr leidet an Akkanistenfieber ersten Grades. Ehrlich, es wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht bemerkt hat. Lasst mich raten. Ihr seid plötzlich in der Lage, Dinge zu tun, die ihr bisher nur aus Badenlidern kanntet, oder? Ihr seid ungewöhnlich stark, habt Reflexe wie ein Panther. Und Heiltränke oder magisch verstärkte Substanzen zu trinken, hinterlässt einen, naja, einen bitteren Nachhall in eurem Kopf. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Absolut ins Schwarze getroffen. Ey, Leute, krass. Ich bin nur in dieses Lange gegangen. Ich dachte, wir handeln kurz mit einem da und ziehen dann weiter, gucken uns da ein bisschen um. Mitnichten. Hier geht es total ab irgendwie. Immer noch am Verdauen, was gerade passiert ist hier. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Eure Magiebegabung ist freigebrochen. Aha. Ein wenig spät, wenn man euer Alter bedenkt. Aber das kommt vor. Vereinfacht gesagt, das Fieber ist eine Reaktion eures Körpers auf die Begabung. Das ist erstmal kein großes Problem, aber wenn ihr euch nicht bald von einem fähigen Arkanisten behandeln lasst, wird's unschön. Okay, also jeder, der ein Talent für Magie hat in dieser Welt, der hat es nicht von Geburt an, sondern es bricht irgendwann aus. Und in dem Moment kommt sozusagen als Beiwerk, als negatives dieses Fieber mit. Was ja erstmal eine gute Nachricht ist. Das heißt, wir haben nichts ganz Spezielles, was keiner lösen kann. Sondern es ist was, womit sich auch andere rumschlagen und wo es Spezialisten für gibt. Eindämmen, nicht heilen. Okay. Von nun an bis ans Ende eurer Tage werdet ihr immer etwas empfindlicher sein als jemand ohne Magiebegabung. Aber das sollte ja in Angesicht eurer neuen Fähigkeiten zu verkraften sein. Also eigentlich war das, was wir am Strand hatten, genau dieses Arkanistenfieber, was sich auch steigert, wenn wir Magie wirken und senkt, wenn wir Ambrosia trinken. Wenn ich das richtig verstanden habe. Macht ja durchaus Sinn. Finde ich ein ganz cooles Element in dem Spiel bisher. Naja, anfällig gegenüber gewissen Umständen. Wie gesagt, euer Fieber verschlimmert sich, wenn ihr Heiltränke zu euch nehmt. Aber auch Albträume werden euch übler zusetzen. Außerdem solltet ihr sehr vorsichtig in magisch verseuchten Gegenden wie Talgard im Osten sein. Hm. Okay. Also die Konsequenzen sind wahrscheinlich irgendwann der Tod, das wissen wir ja. Mich würde mehr interessieren, ob wir es irgendwie anders heilen können, als nur einzudämmen. Es gibt Ambrosia, aber bei einem uneingedämmten Fieber wie eurem verzögert das nur die Symptome. Wenn ihr behandelt wurdet, könnt ihr das Zeug immer dann trinken, wenn das Fieber vor sich zum Trotz schlimmer wird. Das Zeug riecht und schmeckt wie Untotenschweiß und ist schweineteuer, aber es ist das einzige Mittel, das wirklich hilft. Gut. Ah, okay, das andere können wir jetzt zum Beispiel nicht mehr fragen. Wir hatten also nur die Wahl. Ähm. Ah ja, die Vision. Alter, das können wir auch fragen. Visionen? Das hat nix damit zu tun. Oh Gott. Ich werde ihm das sagen. Er scheint sehr belesen zu sein. Er scheint sich auszukennen. Und vielleicht hat er einen Verdacht und, äh, ich weiß nicht, er ist sehr... Wir müssen ihm vertrauen. Er hat keine roten Augen. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen kommen nach einer Pfeife Friedenskraut. Ich finde es cool, dass er ein Messer am Fuß hat. Am Stiefel. Wisst ihr was? Jemand muss euer Fieber so bald wie möglich eindämmen. Und wie es der Zufall will, kenne ich jemanden. Aber im Gegenzug will ich alles wissen. Was habt ihr in diesem Tempel zu suchen gehabt? Und was genau seht ihr in diesen Visionen? Ich, äh, kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber irgendetwas an euch macht mich neugierig. Was meint ihr? Na dann schießt los. Äh, okay. Tschüss. Jetzt hat er ab, oder wie? Ne, jetzt kommen wir zurück. Ah, verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Okay, jetzt haben wir es ihm erzählt. Also, lasst mich zusammenfassen. Irgendwie habt ihr die Hinrichtung dieser durchgedrehten Kapitänin überlebt. Und während ihr halbtot auf dem Boden des Ozeans herumgetrieben seid, hattet ihr eine Art Traum, in dem ihr verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Hm, ähm, genau. Also das, ich wollte das eine sehr gute Antwort hier, weil es wirklich mehr als ein Traum war. Und wir hatten ja auch da schon die, genau, ein guter Punkt, wir hatten ja auch in dieser Vision, da, äh, als wir im Wasser waren, schon die Zukunft sozusagen gesehen. Wir haben den Tempeleingang gesehen und so und der ist uns danach begegnet. Und wenn auch ein bisschen später, also vielleicht, äh, keine Ahnung, eine Stunde später dieses Mal, ist das, was wir gesehen haben, schon sehr kurz danach eingetroffen. Hm. Und ihr meintet auch, dass eure Magie nicht wie gewöhnlich Stück für Stück zum Vorschein gekommen ist, sondern auf einen Schlag? Ja. Hm. Hm. Interessante Geschichte. Ihr wisst vermutlich, wie abstrus sie klingt, aber aus irgendeinem Grund glaube ich euch. Ich habe oft mit Lügnern zu tun und ihr gehört nicht dazu. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen und ihn bitten, euch zu behandeln. Bevor wir loslegen, gibt es allerdings noch etwas, bei dem ich eine helfende Hand brauchen könnte. Je früher wir das erledigen, desto früher können wir nach Ark aufbrechen. Genau, Ark ist ja diese große Stadt. Wir fragen ihn trotzdem mal. Ark? Ah, ist die Hauptstadt. Sehr gut. Die Hauptstadt dieses wunderschönen Landes. Wusste ich's doch. Die Mauern turmhoch aus mondfarbenen Stein, so ruht sie im Felsen auf ewig allein. Behütet von Malfas, die Zeiten bezwingend, bla 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 und so weiter und so fort. Ihr werdet sie schon bald zu Gesicht bekommen. Ich frag mich, wie alt dieser Malfas ist. Hm. Gut. Ähm. Na, die obere Frage ist Quatsch. Ich möchte seine Hilfe auf jeden Fall. Und, ähm, das können wir mal fragen kurz, wer er überhaupt ist, mit wem wir uns hier einlassen. Neugierig? Wie schön. In Ordnung. Ich arbeite für den heiligen Orden. Okay. Ja, aber hier sind sie mehr als nur eine Armee. Enderal ist Herrschaftsgebiet von Malfas, dem Wächtergott. Und der Orden untersteht ihm direkt. In anderen Worten, er gibt hier den Ton an. Kein König, keine Königin, kein Konzil. Nur ein Orden stoischer Krieger, die derart streng dreinblicken, dass man meinen könnte, sie hätten seit Wochen eine Verstopfung zu kämpfen. Ähm, ganz bisschen irritiert ist jetzt, Malfas, ein Lichtgeborener, ne? Ähm, es wirkt für mich so, aber ich dachte, die Lichtgeborenen werden gestürzt. Vielleicht sind sie aber auch nur in großen Teilen dieser Welt gestürzt, irgendwie so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Und dass dieser Malfas noch lebt, äh, wahrscheinlich, ne? Vielleicht aber auch nicht. Man, es sich, es wäre auf jeden Fall Ketzerei, das Gegenteil zu behaupten. Hm, gut. Wir helfen ihm. Wunderbar. Eines noch, bevor wir loslegen. Die Tatsache, dass Wind schon bessere Zeiten gesehen hat, ist euch nicht entgangen, oder? Seit zwei Jahren gibt es überall Chaos und Krieg. Und auch, wenn auf Ende mal offiziell Frieden herrscht, losgerannt. Geschehen hier ebenfalls seltsame Dinge. Eigentlich zahme Tiere, die Wanderer angreifen. Vatüren, die im helllichten Tageslicht herumlaufen und Schafe reißen. Tote, die in Horden erwachen. Es ist beunruhigend. Und das ist eine Untertreibung. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder fünfte, nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es in der Nähe von alten Grüften jetzt aussieht. Das seltsamste jedoch ist der rote Wahnsinn. Oh, jetzt wird es spannend. Der rote Wahnsinn. Irgendwas sagt mir das auch, Leute. Ich glaube, das war was, was hier auf Enderal die Menschen befällt. Wir werden ihn auf jeden Fall jetzt fragen. Ah, hier. Das frage ich ihn auf jeden Fall über die Gerüchte über den Tod der Lichtgeborenen. Also es gibt Gerüchte, dass sie gestorben sind. Das hatten wir ja schon mit dem anderen besprochen. Mal gucken. Dann denkt ihr tatsächlich, dass jemand die Götter getötet hat? Die Lichtgeborenen? Wie schon gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Wenn ihr mich fragt, waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Hochstapler. Falsche Götter. Also, so von der Geschichte, die wir kennen, gehe ich auch stark davon aus, dass es eher sehr, sehr mächtige Menschen waren, die aufgrund ihrer magischen Fähigkeiten ihr Leben endlos gestaltet haben und sich unsterblich gemacht haben, praktisch. Ich weiß nicht, ob unsterblich, aber zumindest ewig lebend, nicht an Altersschwäche leidend und die, naja, dann hier immer weiter die Welt geführt haben. Also, dass es wirklich tatsächliche Götter sind, je nachdem, wie man das definiert. Aber wenn sie eine göttliche macht, würde ich ihnen bisher von dem, was ich so in der Welt erlebe und sehe, würde ich ihnen nicht zuschreiben. Aber gut, mal sehen, wie die Endraleia das sehen. Übrigens, kleines Ding, was mir gerade einfällt, bevor ich es vergesse, mein Volk, ich habe gerade ihren Namen vergessen, Kyranah, glaube ich, oder so, lebt in Familienverbänden, habe ich gesehen, wusstet ihr das? Also, die leben nicht in einer klassischen Mutter-Vater-Kind-Familie, sondern die haben so ganz viele Leute auf einem Haufen und ich glaube, die haben dann auch alle miteinander wilden Sex. Hoffentlich nicht mit den Kindern. Tja, die überlassen das Denken für gewöhnlich dem Heiligen Orden. Und der dementiert das Ganze selbstverständlich. Aber so ungern ich das auch sage, vielleicht ist es auch besser so. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land momentan braucht. Ja, guter Einwand. Ah, ich weiß nicht, inwieweit ich da repräsentativ bin. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die mächtige Magie bewirken kann. Und ganz so neu ist diese falsche Göttertheorie ja auch nicht, oder? Im Ernst. Wenn die Lichtgeborenen wirklich so allmächtig wären, wie die Schriften behaupten, hätten sie dann nicht die Kraft, mich hier und jetzt als Strafe für meine Blasphemie zu erschlagen? Nein, 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 nein. Ey, alle sterben immer. Hör auf. Nein, die Lichtgeborenen waren unsterbliche Könige. Aber mehr auch nicht. Zumindest ist das meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Ey, die legen es aber auch drauf an. Jeder halbwegs sympathische Mensch, den ich hier treffe, und fast alle sind sympathisch, möchte gerne sterben. Wunderbar. Oh, er findet es gut. Man weiß ja nie. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja, der rote Wahnsinn auf jeden, Leute. Ja. Es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. Nur vor ein paar Monaten gab es zum Beispiel einen Schmied in Ark, der seine gesamte Familie massakrierte. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, warum er währenddessen Dinge wie fürchtet das Licht gerufen hat. Oder eine junge Dame erhabenen Pfades, die ihr zu Hause in Brand gesteckt hat, während ihre Familie darin geschlafen hat. Das Komfort mögt ihr nun sagen. Aber mittlerweile gab es mehr als ein Dutzend solcher Vorfälle in einem sehr kurzen Zeitraum. Die Tatsache, dass die Augen der Betroffenen während ihres Amoklaufes rot leuchten, hat die breite Masse dazu veranlasst, es den roten Wahnsinn zu nennen. Tja, und nur vor ein paar Wochen ist es erneut passiert. Nur dass es damals ein Magister des Heiligen Ordens war. Ich wette, bei einem Magister sind alle dann deutlich mehr geschockt. Dieser rote Wahnsinn befällt ja scheinbar mehr oder weniger willkürlich den Menschen. Und wenn es dann jemanden trifft in einer hohen Position, dem viel, ich weiß nicht, Macht zugeschrieben ist, dann macht das wahrscheinlich was mit der Ordnung. Weil solchen, auch wenn die so fromm sind und so, und plötzlich werden sie davon befallen. Ein Lehrer, der die Novizen einweist. Sein Name war Jero, ein Mann mit mehr als 60 Wintern auf dem Buckel. Tja, laut dem einzigen Überlebenden hat er wie jeden anderen Tag auch den Leerraum betreten. Aber anstatt einer Alchemiestunde gab er eine Rede, in der er darüber redete, dass die Menschheit verdorben sei und sich der Leere hingegeben hat. Dann begannen seine Augen rot zu leuchten und er jagte sich mit einer magischen Explosion in die Luft. Krass. Ja, das ist es. Ähm. Ja, das ist hier irgendwie eine komische, ein bisschen komisch formuliert, so vorwurfsvoll, aber okay. Ich hab's nicht so mit Enthaltsamkeit und Gelübden. Also nein, ich bin kein Hüter. Meine Spezialität ist es, verlorengegangene Dinge wiederzuführen. Okay, das ist sein Job im Orden. Schätze, Folianten, Erinnerungen und dergleichen. Cool. Der Orden hat mich angeheuert, weil er wissen will, wie ein Mann von Jero's Intellekt dem roten Wahnsinn zum Opfer fallen konnte. Und dementsprechend, ob diese Krankheit einem Muster folgt. Ja, vielleicht ist es auch unabhängig vom Intellekt des Individuums, ob man befallen wird. Vielleicht kann man einfach nichts machen. Ähm, also er ist eher ein Söldner vom Orden, wenn man so will. Ne, er ist, äh, angeheuert und nicht fest angestellt. Mh, okay. Das ist kein Problem. Jero wuchs in einem kleinen Dorf nicht weit von hier auf. Und, äh, laut dem Orden besuchte er es ziemlich oft, nachdem seine Frau starb. Ich will, dass ihr mir helft, Hinweise bezüglich der Hintergründe seiner Tat zu finden. Was meint ihr? Ja, das klingt gut. Gut. Ich selbst werde mir das Haus ansehen, in dem er aufgewachsen ist. Ah, und, äh, hier ist eine Karte der Gegend. Jero's Haus ist bei dem blauen Punkt. Und ich schlage vor, wir treffen uns dort, sobald ihr den beiden Spuren nachgegangen seid. Ach, und, äh, auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die beiden Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Ist ein Questziel mit einem Sternchen markiert, so ist dies ein Indikator für dessen Schwierigkeit. Und entsprechend, ähm, und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission beschreiten solltet. Also, genau, alles klar. Also, das Maximum ist vier und das Leichteste ist eins. So, wir haben die Quest mit Jasper beendet, mit Jero's Jugendfreund Alfred sollen wir reden, wie er gerade gesagt hat. Und natürlich die Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses ins Meer geworfen hat, sollen wir finden. Erstmal ein Kürbis naschen. Ähm, ich denke, wir gucken uns erstmal um, wo sind wir? Okay, wir sind praktisch hier, kamen wir ja damals, ähm, aus dem Tempel. Dann sind wir hier lang und jetzt sind wir hinter dem, den Bergen an der Sonnenküste. Und er hat doch gesagt, er hat uns was eingezeichnet. So sehe ich das aber nicht. Vielleicht habe ich irgendwie... Hm. Müsste das nicht auf meiner, meiner ganz normalen Karte da zu sehen gewesen sein, der, der blaue Punkt, den er mir da einzeichnen wollte? Also hier... Alte Dammwarte. Ah ja, das ist das da hinten. Hm, egal. Wir schauen uns erstmal hier in seinem Lager um. Hier ist auch schon mal ein Bett, das ist gut zu wissen. Ich denke mal, ich kann mir das hier nehmen, oder? Mein lieber... Frostschutztrank, ja. Oh, er singt sehr gut. Der Schlechter von... Ähm, sorry. Der Schlechter von Ark, Buch 1, Folge dem Feuer. Vorwort. Vorwort. Oh, das ist ganz schön lang, Leute. Oh, okay. Okay, es ist eine richtige Geschichte. Ich nehme es erstmal kurz mit. Gestartet der Schlechter von Ark. Ähm, alle Bände des Schlechters von Ark lesen, 1 von Fragezeichen. Auf meinen Reisen fand ich ein Band des sogenannten Schlechters von Ark. Dabei handelt es sich um die Autobiografie des Serienmörders Jail Gerbersohn. Ich sollte meine Augen nach den restlichen Bänden offen halten. Alle Bände des Schlechters von Ark lesen. Okay, also ob wir jetzt da alle finden in diesem Spiel oder nicht. Ich denke mal eher nicht, wenn ein paar gut versteckt sind. Die scheinen sehr, sehr lang zu sein. Ähm, ich überlege mir dann auch was. Ich gucke mir erstmal an, was wir sonst so haben. Das ist hier die Schlechter von Ark Quest. Die Leere. Ah, nee, wir fangen unten an. Fremde Horizonte. Alle Geschehnisse zum Trotz. Ich habe es geschafft. Ich bin in Enderal angekommen. Das ist hier Wissen. Das ist dieses Wissen-Ding. Okay, wenn wir hier Dialoge machen und so. Da kann man alles darüber entdecken, über das Land. Oder erfahren. Arkhanistenfieber. Auch wenn ihr so alt, naja, erstmal keine... Ah, das ist auch hier ein Weg finden, um das Arkhanistenfieber zu beenden. Da kennen wir uns aus durch die Dialoge. Und natürlich das mit den Apothekari. Ähm, genau. Dass eine plötzige Magiebegabung zu verschulden ist. Vielleicht dadurch, dass es bei uns ja so plötzlich kam, ne? Und nicht so langsam wie normal. Wurde das eventuell forciert. Entweder wir haben uns an unsere eigene Magiebegabung erinnert. Und sie kam auf einmal wieder zurück. Ne? Deshalb so schlagartig. Oder sie ist ausgebrochen, weil sie künstlich erstellt wurde. Vielleicht von dieser mysteriösen Frau auf dem Schiff. Alles wilde Theorien. Ähm, genau. Und das ist hier unsere Hauptquest sozusagen, die wir jetzt verfolgen sollten. Okay, also wir machen das so. Ich guck noch mal einmal, wie lang das ist. Ähm, dieses Buch, was wir jetzt hier gerade gefunden haben. Kann ich das lesen? Ja. Das ist, äh, zu lang, um es hier zu lesen, weil ich denke, einige von euch kennen das wahrscheinlich schon. Und für andere ist es, glaube ich, ein bisschen zu, oh, guckt euch das an, ey. Ein bisschen zu langweilig, wenn ich hier lese. Aber mich interessiert es auf jeden Fall. Ich will es lesen. Deshalb machen wir folgendes. Ich werde das vorlesen. Oder mit euch gemeinsam lesen. Mich wahrscheinlich jedes zweites Wort verlesen. Und wenn ihr Lust habt, ähm, gemeinsam mit mir zu lesen, diese Bücher, wenn immer wir sie finden, in jedem Video, in dem ich so ein Buch finde, wie auch in diesem, findet ihr unten angepinnt in den Kommentaren, einen Link zu einem Video, was ungelistet ist. Was also auf dem Kanal nicht zu sehen ist, außer ihr klickt auf den Link, ne. Und in dem gucken wir uns dann gemeinsam das Buch an und machen nichts anderes. Das ist jetzt so die beste Art, die mir einfällt, um das zu lösen. Ja, wahnsinnig viel passiert, obwohl wir uns nicht viel bewegt haben. Dennoch würde ich sagen, ich zögere das Folgenende ein wenig heraus und wir schauen uns zumindest noch mal kurz in der näheren Umgebung ein bisschen um. Äh. Was? Ey, kommt, was hoch! Ei, 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 ei. Wir haben XP bekommen. Okay, ich hoffe, es ist alles gut, mein Lieber. Ähm. Ah ja, das kann ich auch mal fragen, ob er so eine Art Schatzjäger ist. Schatzjäger? Das hat ja einen schönen Beiklang, aber... Genau wie deine Stimme. Sagen wir einfach, ich helfe Menschen bei der Erfüllung gewisser materieller Wünsche. Wie der Ordenshüter, der der Holden Maid ihren verlorenen Schuh zurückbringt. Nur werde ich dafür bezahlt und habe ein flexibleres Gewissen. Verwiegen. Oh, wir flirten, wir flirten. Ähm. Ah, ich finde es ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Gerade in dieser kontrollierten, fast schon doktrinierten Welt finde ich es cool. Also sagen wir es auch. Ja? Das ist schon. Oh, hier richtig eingeschleimt. Aber bewahren wir uns das Kennenlernen doch für später auf in Ordnung? Korb bekommen. Normalerweise bin ich offen für Gespräche, aber jetzt im Moment sollten wir uns auf die Mission konzentrieren. Hast ja recht. Ah, hier. Ein Adel. Ah, das hätte ich auch nicht gewusst. Auf Enderal ein Adelstitel. Gut erkannt, ja. Ich bin meines Pfades Erhabener. Aber bitte blendet das einfach aus. Ich bin kein Freund von Titeln. Die sind meiner Meinung nach nämlich nichts als Prestigehüllen, mit denen sich langweilige Menschen überlegen fühlen können. Ey, er ist ein richtiger Killer, ne? Vor allem, es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie einen der Pfade bekommen hat, die ein bisschen niederer sind. Wie es ja vorhin schon in letzter Folge netterweise genannt wurde. Das ist natürlich genauso viel wert. Aber die ein bisschen niederer sind, nein. Er ist Erhabener und sagt trotzdem, äh, fuck the system. Finde ich gut. Okay. Also dieser kleine Angriff wurde überstanden. Da gab es sogar noch mal Action, diese doch sehr ruhige Folge über. Obwohl ruhig war sie nicht. Es ist einfach viel passiert. Wir sind nur nicht rumgelaufen. Das ist die dritte Eispranke. Noch habe ich die Kommentare nicht gelesen. Da weiß ich nicht, ob ich die essen kann. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wo gehen wir jetzt hier gerade lang? Wir gehen nach unten. Wir wollen aber erstmal nach da, zur Dammwarte. Wir wollen ja noch einmal, äh, gucken. Was ist da jetzt, äh, wie das Lager jetzt aussieht. Vertürenzungen. Vertüren wissen wir ja schon. Sind auf jeden Fall irgendwas nicht sehr Nettes. Ach, bei Tageslicht ist es auch nochmal schön, das alles zu sehen. Und ich freue mich, dass man nochmal zurückkommt, um hier alles zu erforschen. Ah, wisst ihr was? Alte Dammwarte entdeckt. Ah. 40 P. Ähm. Wir können doch mal kurz unser Buch machen hier. Jetzt hätte ich es sonst fast vergessen. Hier, Einlandkampf. Jetzt haben wir 19, ne? Ja, wir haben 19. Ähm. Wir haben immer noch vier Lernpunkte. Und auch noch einige Handwerkspunkte. Das wird wahrscheinlich interessant, sobald wir ins erste Dorf kommen. Und das hier ist also die Dammwarte. Ich habe ein bisschen Angst. Boah, ich dachte, da wäre jemand, aber es war nur ein Bild. Eisenerz, Lederstreifen, ein Blasebalg. Was ist das da? Ein Hammer. Was ist das denn? Ist das hier, dass das was Geräusche macht? Ah, ein ranziger Frostschutztrank. Wir können das ja mal noch mit Fleckenpilzchen. Wir können das mal benutzen. Ihr könnt Tränke und Gifte brauen, indem ihr zwei oder mehr Zutaten mit demselben Effekt kombiniert. Experimentiert mit verschiedenen Zutaten, um bisher unbekannte Effekte zu entdecken. Indem ihr zwei oder mehr Zutaten mit dem... Wie, also wenn nicht... Ah, ich habe hier eh alles unbekannt. Also ich könnte jetzt hier mal auf gut Glück probieren. Ähm. Wir haben ja ein bisschen Alchemie. Wir können mal hier dieses Jahr nicht... Davon haben wir ganz viele. Wir nehmen mal eine Schlammmorchel. Was, haben wir die jetzt? Entfernt? Hinzugefügt, okay. Aber die ist hier links nicht. Ich bin irritiert. Und ein Fleckenpilz. What? Bin zu dumm. Ah, achso, das ist jetzt der Pfeil. Ah, okay, ich muss den anderen Knopf wahrscheinlich drücken. So. Ne. Ah doch, jetzt habe ich zwei. Okay. Ähm. Jetzt kann ich mal versuchen herzustellen. Oder was? Unbekannter Effekt. Also wir kriegen hier einen Trank. Wenn ich jetzt... Er sagt immer das gleiche. Er sagt immer Trank, unbekannter Effekt. Machen wir einfach mal so. Mischung fehlgeschlagen. Ah ja. Die, ich habe das noch nicht ganz verstanden mit dem gleiche Wirkung. Weil ich nicht weiß, was die hier für eine Wirkung haben. Und ob die exakt gleich sein muss. Oder ob sie beide zum Beispiel nur regenerieren müssen oder so. Vielleicht sollte ich mal test... Ich mache mal ganz kurz was. Ich gehe mal raus. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber ich könnte mal testweise... Einen essen. Widerstehe. Schockschaden. Erkundet. Ah, okay. Ich teste jetzt einmal mit denen. Okay, wenn ich mehr esse, weiß ich trotzdem nicht mehr. Also muss ich eigentlich jedes einmal essen, damit ich überhaupt was weiß. Können wir halt die essen, wo wir mehrere von haben. Euer Körper kann Wolfsblut und Chymicum nicht verwerten. Chymicum Schockklauen. Oh, cool. Das ist wahrscheinlich nur, wenn man sich verwandelt hat. Was war das? Schädigen... Was? Ich habe es nicht mehr. Verdammt. Schädigen Ausdauer. Okay. Ausdauer wiederherstellen klingt gut. Giftschaden klingt sehr gut. Mana wiederherstellen. Anfälligkeit für Magie. Lebensenergie wiederherstellen ist auch super. Widerstehe Gift. Aber wir haben keine gleichen. Ich konnte ja nur welche nehmen, wo ich zwei hatte. Oh. Habe ich jetzt irgendwelche Mali? Wartet mal. Ach, das ist durch Salz passiert. Ja, und das ist natürlich unser Fieber. Und die anderen Buffs laufen halt jetzt gerade, die wir erforscht haben. Und wenn wir mal hier gucken, sehen wir 21% Akanistenfieber. Was in Ordnung ist. Ja, cool. Okay. Also, da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr erforschen. Keine Gleichheiten. Wir haben zwar einmal Giftschaden, aber das andere ist wieder Stehegift. Kriegen wir schon noch hin, würde ich sagen. Oh, hier, guckt mal. Okay. Vielleicht experimentieren wir erst, nachdem wir den gigantischen Kräutersack ausgeleert haben. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Alles klar. Lebensenergie wiederherstellen. Damit haben wir schon zwei zusammen. Widerstehe Frostschaden. Anfälligkeit für Schock. Jetzt haben wir mehrere ähnliche. Feuerwiderstand. Ausdauer wiederherstellen. Anfälligkeit für Magie. Ich meine... Oh, was ist jetzt passiert? Achso, das waren die ganzen Buffs einfach. Und die Buffs. Ich meine, wir können einmal hier so einen Trank vielleicht machen. Wir haben ihn hier. Lebensenergie wiederherstellen. Wir hatten noch einen, glaube ich. Hier, Lebensenergie wiederherstellen. Trank Lebensenergie. Regeniert 14 Lebens... Guckt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, das hier schon zu verballern, aber... Muss ich jetzt immer wieder anklicken? Ach nee, warte, das ist falsch. Okay. Ähm. So. Erschafft Trank Lebensenergie. Bekannte Effekte. Arkanistenfieber erhöhen. Arkanistenfieber erhöhen. Plus 3 EP. Neues Gericht, neuen Trank hergestellt. Okay, es gibt ein bisschen Erfahrung. Ja, noch ein paar. Ich mach die jetzt einfach mal alle. Ich will gucken, ob dann irgendwie meine Alchemie besser wird oder sowas. Aber ich glaub nicht, ne? Gehen wir hier raus. Und jetzt sollten wir hier einiges an Tränken haben. Hier. Aber guck mal, er erhöht auch nur um 2%. Also das steht jetzt hier noch mit dem Arkanistenfieber erhöhen. Vielleicht kann man auch Tränke machen, die das nicht erhöhen. Da wir jetzt 6 davon haben, nehm ich die mal in die Favoriten rein. Die sind besser. Okay, haben wir mal ein bisschen hier uns damit auseinandergesetzt. Vielleicht werden wir ja später kleine Chemiker. Ist das besser als unser Dolch? Ähm. Unser macht 4. Na, ist egal. Coole Sache auf jeden Fall. Es ist echt gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Oh, mitgenommen. Ein bisschen Geld eingesteckt. Haben wir noch auf die alten Tage der Folge einiges gemacht. Verwendet Fallen und Ölpfützen, um eure Feinde zu schädigen. Wow, 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 wow. Ey, wie ich immer nicht damit rechne. Wie Fallen und Ölpfützen. Ich würde sagen, ich benutze was ganz anderes einfach nur. und zwar den da oder auch nicht ah Mist, ich dachte, da wären schon Ölpfützen oder so kommen die da durch? scheinbar nicht ich glaube, mein Stab ist bald aufgebraucht oder so, aber egal oh Gott, ich hoffe, die stehen da jetzt nicht speichern ich gucke mal, ob da oben irgendwie Öl ist oder so, wir schauen uns da mal um echt stark ah, da hinten ist Öl das kann ich bestimmt entzünden, aber die stehen schlecht ich bleib mal hier ah, die brennen auf jeden Fall schon Feuer scheint mir ganz ordentlich gegen die oh was, wieso treffen die die? oh oh, er hat mich mit irgendwas besudelt Spinnengift okay ein Spinnengift, das einen Schaden von zwei Punkten Lebensenergie und ebenso viel Ausdauer für vier Sekunden verursacht kann man vielleicht auch Waffen streichen oder so hier scheint alles jetzt okay zu sein Rezept Ambrosia, oh das ist spannend Baltris Wurzel und Wünnwurz okay, das ist schon mal gut zu wissen, wie man Ambrosia macht eine Kappe Trinkgefäß, Rüstung gucken wir uns am Ende an Morgenlufttrank das ist wahrscheinlich Ausdauer nochmal Schuhe, die keine Rüstung geben, aber ein bisschen was wert sind gleiches hier die Sachen nehme ich nicht mit Eisenwaren nehme ich auf jeden Fall mit ist auch ein bisschen was wert ein Bügeleisen, ah es kostet, wiegt drei lassen wir es mal viel Gewicht naja, nehmen wir es mit hier ein schönes Bügeleisen freut sich die Mama oh Gott und der Papa, Leute, natürlich und der Papa so Ambrosia nochmal gefunden gegorene Ziegenmilch oh, ein Schild oh, Leute, ein Schild und eine Axt da habe ich gerade zu viel Lust drauf da müssen wir uns, glaube ich, mal von dem Stab gleich trennen auch wenn Magie wirklich stark ist aber ich will mal ein richtiger Kämpfer eine Weile sein Chynikum Ausdauer Rezept für einen Trank ähm, Violette Malfassblüte und Lavendel erhöht eure Ausdauer in Wolfsform ok nehmen wir mit ups zerschlagt euch den Weg blockierende was, egal äh, wir rüsten gleich erstmal um oh, noch Eisenschuhe gefunden hier könnten wir uns kurz schlafen legen das mache ich jetzt mal nicht ist da Hammer also hier, diese Warte hat sich ja richtig gelohnt so, also wir ziehen an auf die linke Hand unseren Schild erstmal Eisenschild Rüstung 16 ähm, dann ziehen wir natürlich die Eisenschuhe an äh so, damit haben wir jetzt einen Rüstungswert von 53 das ist schwere Rüstung, aber wie gesagt, momentan ist das noch egal ähm können wir mal kurz was gucken ah, ich hatte sie leider auch hier, Lederharnisch Lederharnisch gilt als schwere Rüstung, aber hier, leichte Rüstung hier dieser Wert ne, hier schwere Rüstung bestimmt viel Schütze aus Eisen- und Stahlrüstungen wieso weiß die andere Lederrüstung ich dachte nämlich, Leder wäre leicht mh übrigens, ich bin mir jetzt also, es gibt ja hier keine mittlere Rüstung, ne ähm, deshalb ich tippe mal, dass Leder leichte Rüstung ist hier, da steht ja auch Lederrüstung ähm bin nur ein bisschen irritiert gewesen das eine mal weil hier die schwere der Lederharnisch schwer ist aber es ist halt ein schwerer Lederharnisch, ne deshalb der heißt nur so mh genau, das heißt wir wollen auf jeden Fall die Lehrbücher für leichte Rüstung da hätten wir auch schon welche kaufen können das werde ich demnächst auch machen Kappe bringt uns nix da haben wir besseres so, Waffen ähm, hier die macht nämlich einen Schaden mehr schon mal machen wir auf rechts ne, so bitte und das auf achso, das kann man achso das ist gar nicht in der Hand ich kann trotzdem noch meinen Stab tragen oder was was ist jetzt los und Waffen ziehe hä das ist Rage nach wie vor ähm ich bin irritiert aber ich hab ihn abgelegt ne, ok, ist einfach so es sieht nur da steht dann nur nicht dass er es in der linken hat vielleicht ist es ein Fehler oder so aber er hat es einfach in der linken und damit kann man natürlich auch ganz nice abwehren damit kann man bestimmt auch gegen Monster abwehren und kann auch so ein Schildstoß machen ok, cool jetzt sind wir hier so ein Wikinger oh, er hält es in der Hand deshalb vielleicht er steckt es nicht weg ok, gehen wir mal weiter würde ich sagen hier mit ner Fackel durchs Öl bester Plan oh Gott oh Gott da ist noch was ok, ok so ähm egal ich guck erstmal was das hier ist Spinnenbeute oh der arme Weizen ih, Spinneneier noch mehr was, jetzt hab ich hab ich es gegessen ich glaub ich hab sie gegessen sehr gut ups naja, das ist nur so ein Geräusch ich find's immer sehr gut äh wie die Sachen wegfliegen wenn man drüber läuft wie schön die ganzen Leichen degradiert muss ich hier noch mehr schlagen hm hä es hat ja geklappt hier mit dem aus dem Weg schlagen des Netzes deshalb bin ich irritiert dass ich da nicht durchkomme gerade aber ich komm nicht durch ich könnte nochmal probieren hier ähm bester Plan mit Feuer äh das kann jetzt nicht wahr sein der sagt mir doch nicht schlag Spinnnetze weg und danach kommt man nicht durch die Tür tja Leute müssen wir wohl akzeptieren das Gute ist vor der nächsten Folge werde ich die Kommentare lesen und wir werden die Region nicht mehr verlassen vielleicht könnt ihr mir sagen ob ich da was verpeilt habe oh das hatte ich nicht gesehen leider alter ist ja mega cool schade aber die Spinnen waren ja dann da eh nicht mehr am Ende okay wir gehen raus hier haben wir auf jeden Fall einige coole Sachen gefunden ich muss das Schild noch als Favorit machen ist das hier nicht irgendwo doch aber die sehen schon nicht schlecht aus ne mittlerweile so dann schauen wir mal uns diesen traurigen Ort da unten noch final an Leute heute mal eine schön lange Folge bin gespannt was wir hier entdecken Alter Leute ey ich bin auch ein Blindfisch ähm immer in die Fresse oh da schießt einer deshalb wurde ich grad gestaggert wo ist der Schießer ich vergesse immer Rage ich weiß ne hä ach er war das war sein Fall noch okay hatte einmal das Gefühl ich wurde irgendwie unterbrochen so alte Vagabundenstiefel alter Eisen also ein Bandit war hier noch übrig Eisenhandschuhe Langbogen der ist auch besser als unserer und ne Vagabundenkluft ne schicke und nackt ist er auch oh nein Finn wurde gelootet die haben Finn gelootet Abzeichen der Apothekari oh nein ey guck mal wie liebevoll das hier designt ist Ambrosia eine Kutte ein Langbogen nochmal ganz viele Pfeile sogar spitze Pfeile und Waldbären ich denke immer esse ich die immer oder so ne oder ich hab die jetzt die Waldbären hier Waldbären ähm gut irgendwas war hier genau den Langbogen machen wir in die Favoriten anstatt dem Morschenbogen und den Spitzenstahlpfeil machen wir in die Favoriten anstatt die alten Eisenpfeile 32 reichen uns sowieso und ich rüste ach den muss ich gar nicht in den Favoriten machen den rüste ich einfach aus dann gibt es hier dieses Abzeichen das interessiert es noch nicht aber die eine diese Eisenhandschuhe sind besser als unsere wir hatten glaube ich noch gar keine und der ähm Eisenschild den haben wir schon mhm ja ansonsten sieht alles ganz okay aus rüsten wir natürlich wieder hier das aus das Mann 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 ey verdammte Banditen hier oh schaut mal das ist auch hier hat wartet mal ich dachte man hätte den Pfeil noch gerade gesehen durch seinen Kopf vielleicht habe ich mich verguckt von Carbos auch er trägt natürlich das Abzeichen ist wohl traurig Zauberbuch Lebensabsorption Dalsaker Dalsaker Honigwein oh Lebensabsorption haben wir ja schon gelernt Königsmeet gute Getränke hier dabei wie es wahrscheinlich bei Apothekari klassisch ist Distel Friedenskraut ich frag mich ich frag mich ich will was gucken wir haben ja gerade schon ein bisschen Alchemie ausgeübt ist natürlich nicht gestiegen dadurch glaube ich die plus 4 haben wir durch einen Volksbonus höhere Alchemie Werte verbessern die Werte eurer Selbstgeburt Obtränke das ist es also sehr cool gemacht das heißt unsere Heiltränke die wir jetzt bekommen haben waren vielleicht schon ein bisschen besser weil wir 4 Bonuspunkte haben auf dieser Fähigkeit naja gut also wir haben hier einiges gefunden Elementarismus Lehrbuch noch aber ich glaube das war es ich könnte noch mal hier ist das hier war ich hier schon mal ja die hat schon gelootet letzte Folge ok Leute ich glaub wir haben sie zumindest teilweise gerecht in denen wir einen der Banditen getötet haben und wir sehen uns nächstes Mal wieder wenn wir nach Flussheim ziehen bis dahin macht's gut